Verdammt Komm doch her Und zeige dich Schön Vorus bis Ach ne Oh vielleicht soll ich hier entlang gehen Boah Da Wo kam die jetzt her Hm Klappe halten Laos findet diesen Hundesong Zu rechten Ich bring dich um Wow Wow Bereit machen zu markieren Wir haben hier einen echten Idioten Kommt wir machen bisschen Spawn Camping oder Modus Cool Diese Dreckskerl hat einen von uns erledigt Wir haben hier einen verdammten Toten Wir haben Verluste Na Da oben ist noch einer Komm schon Da bist du ja Pass auf wo du hinschießt ja Ich möchte nicht wegen dir jetzt drauf gehen Versuchen wir es mal mit der anderen Seite Da 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 Die Frage ist Was würde Was würde Na Komm und sieh mich Na 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 Auf den Boden Erstmal Falsche Seite Und Erstmal wieder aufladen So Weg damit Und Jetzt Da Da Der ist auch nochmal tot Immer einen weniger Also Das wird so langsam zu einem echten Aufladen Oh Ich würde sagen Ja Das war's Schön Komm Erstmal Leichten Gib mir Loot Huhu Ach Schön So Hier haben wir noch einen Den haben wir aber irgendwie schon Erledigt Uh Und Ein Medipack Den können wir nicht mehr looten Aber den noch So Ich wette es geht nach da oben Ja Da geht es nicht mehr weiter Und hier Hier geht es noch weiter Schön Bin ich hier nicht hergekommen? Nein Oder? Oh Jetzt natürlich Gar nicht nett Kann ich nichts machen? Hm Hm Da hängt so was schönes Ha Wie der Speicherpunkt erreicht Wie schön Oh Glaubt man den kann man einfach so erreichen Ja Also Eins muss man aber verlassen Die ist schon Ziemlich Genau Also werde ich kommen Und spreche Direkt Wie Hier Nein Na Haben wir hier auch irgendwas? Das ist die Waffe Wir sind jetzt einmal rundherum gegangen Okay Okay Dann einmal Revolver nehmen Denn der hat Soweit ich weiß Mehr Durchschlagskraft So Weg hier und Weg hier und Was? Was? Auf dem Boden Lauf! Bewegung Leute Auf dem Boden Verstecken uns Verstecken uns als erstes auf dem Klo Wow Wir haben hier einen echten Idioten Hm? Fünf Wow Wow Auf dem Boden mies Kerl Okay Weiter Schleichen Da ist einer Sonst sehe ich aber keinen Bauchschüsse tun ziemlich 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 Weh Oh So Wo müssen wir lang? Natürlich müssen wir da lang Ist doch schon super schön Ah Ah Uhu 90 Schuss Haben wir inzwischen wieder davon Hier geht es nicht durch Und Hier Könnte es Durchgehen Wir müssen aber genau in die andere Richtung Gut Und zwar Kommt er auch plötzlich her Hier rein Super Besser so ausmachen Verschwindet man weniger Ressourcen So und Ja Schön Schleiche durch diesen schönen Tunnel Oh Oh So Bleib stehen Dann kann es mir nicht mehr weh tun Haben wir hier noch irgendwas an Fallen? Da ist noch Ein Seil Nein Gut Komm ich ziehe lieber mein Acht 80 Geräte an Das blendet zumindest nichts Oh 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 Ne Okay das ist zu Dunkel So wohin Gut Was ist hier Hier ist nichts mehr Schön So So An den Tonnen vorbei Damit uns auch Ja keiner hört Geht Und Was ist hier Wie geht es Es geht Es geht Und Es geht Es geht Um